Als Milizsystem oder Milizprinzip bezeichnet man den Teilaspekt des politischen Systems der Schweiz, wonach öffentliche Aufgaben meist nebenberuflich ausgeübt werden. Dieses Prinzip hat eine lange Tradition, die auf den bereits in der Antike entwickelten Gedanken der Einheit von Bürger und Soldat zurückreicht. Die nur in der Schweiz gebräuchliche Bezeichnung Milizsystem, abgeleitet vom lateinischen Militier, verweist auf die Verwandtschaft mit dem Kriegswesen. Die Ausdehnung auf den politischen Bereich erfolgte in der Zeit des Ancierregimes. Die bekanntesten Beispiele für den schweizerischen Milizgedanken finden sich in der Legislative und in der Armee. Die meisten Mitglieder in beiden Kammern des schweizerischen Parlaments sowie in den Parlamenten auf Kantons- und Gemeindeebene gehen neben ihrer Ratstätigkeit noch einem Beruf nach. Die korrekte Terminologie in der Schweiz für diese Legislativen ist Milizparlament oder Halbberufsparlament. Gleichermaßen besteht die Schweizer Armee größtenteils aus Soldaten und Offizieren, die einen zivilen Beruf haben und während einer gewissen Anzahl Jahren nur wochenweise zum Militärdienst aufgeboten werden. Interessenkonflikt Der Milizgedanke im politischen Bereich bringt Vorteile, denn es kann berufliches Wissen in das politische Amt eingebracht werden. Dies ist einer pragmatischen, an den realen Problemen orientierten Amtsführung förderlich problematisch sind Interessenkollisionen. Interessenkollisionen Viele Gemeinden haben keine andere Möglichkeit, als solche Interessenvertreter zu bestimmen, da sich andere Personen wegen des Mangels an Fachwissen nicht um das Amt bewerben. Die gesetzlich vorhandene Ausstandspflicht bei Interessenkollision ist nur sehr beschränkt anwendbar, da das Amt bei deren konsequenter Anwendung nicht ausübbar wäre. Ähnliche Problemstellungen ergeben sich auch im Bundesparlament. Dort gibt es viele Vertreter, die in oftmals mehreren Verwaltungsräten der Wirtschaft Einsatz nehmen oder ein Unternehmen führen. Siehe auch Miliz Feierabendparlament Goebbrum 5 1 7 ä Says 8 8 9 9